Wir freuen uns auf den Tech Summit 2018, das Kongress-Highlight, um unsere Themen in der Fachlichkeit, aber auch in ihrer Querschnittsgleichkeit besprechen zu können. Für unseren Bereich der Industrieautomatisierung wachsen die Bereiche Informationstechnologien und Operational Technologies oder Automatisierungstechnik zusammen mit zunehmender Geschwindigkeit und wir müssen und wollen uns mit den Kollegen aus den digitalen Techniken auseinandersetzen, zusammenfinden und zu gemeinsamen Lösungen und Ökosystemen kommen. Genau dafür brauchen wir eine Plattform wie den Tech Summit.